Schon beim ersten Mal, als ich ihn sah, da hielt ein Blick mich fest. Er gehört zu jenem Typ, der mein Herz höher schlagen lässt. Und ich weiß, es muss etwas geschehen, soll diese Chance nicht ohne Mühlen uns vorübergehen. Wie sag ich es ihm, dass ich ihn liebe, dass er in uns wird leben wird? Wie sag ich es ihm, wie sag ich es ihm? Dass ich ihn liebe, dass er in uns wird leben wird? Wie sag ich es ihm, er weiß ja nicht mal, wer ich bin. Er hat das, was mir so imponiert, ich bin emanzipiert. So ein Mann, das war mein Traum, doch den Zufall kann man nicht verhauen. Ja, ich weiß, es muss etwas geschehen, soll diese Chance nicht ungenutzt vorübergehen. Wie sag ich es ihm, dass ich ihn liebe, dass er in uns wird leben wird? Wie sag ich es ihm, wie sag ich es ihm, wie sag ich es ihm, dass ich ihn liebe, dass er in uns wird leben wird? Wie sag ich es ihm, er weiß ja nicht mal, wer ich bin. Wie sag ich es ihm, wie sag ich es ihm, dass ich ihn liebe, dass er in uns wird leben wird? Wie sag ich es ihm, 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 dass ich ihn liebe, dass er in uns wird leben wird? Wie sag ich es ihm, wie sag ich es ihm, er weiß ja nicht mal, wer ich bin. Wie sag ich es ihm, er weiß ja nicht mal, wer ich bin.